Ein paar Beeren abholen von meinem Schiff. Ich habe da noch 300, 400, 500 oder 1000. Ich gehe kurz zu meinem Schiff zurück, dann hole ich mir nämlich schnell ein paar Beeren. Also Fleisch habe ich jetzt wieder... oh, 60. Und Spoiled Meat habe ich auch noch mal. Ja, das ist gefährlich. Gefährlich wegen ganzen Raubtieren dort, die da immer erscheinen. Auf dem Berg gibt es auch keine Narkotik... da oben gibt es auch keine Narkotik-Zeugs, was du schnell mal holen kannst oder so. Deswegen sollst du gleich am Anfang gleich... ich will nur 100 Narkotik bauen. 100. ... ... ... ... Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich stelle mir jetzt nur noch Narkotik her, ganz ehrlich. Also ich mache mir jetzt richtig viel Narkotik, kann ich jetzt schon voraussagen. Wenn ihr mal Narkobären braucht, sagt mir Bescheid, dann gehe ich mal kurz mit meinem Triceratops haben. Ja, später. Jetzt noch nicht. Ich habe noch ein... Ich habe noch 100 Narkobären hier. Ich werde nicht da den Zähnen gehen, wo keine Fleischfresser sind. Außer eben, äh, die Flugsaurier. Da werde ich mal in 10 gehen. Und beim T-Rex, habe ich schon gehört, braucht man 3,5 Stunden. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Heid. Heid ist Tier. Ich habe sogar meine ganzen Dinger hier für Tiere und so weiter, dass ich nie wieder suchen brauche. Habe ich extra, äh, so gemacht, dass, äh, es für jedes Ding speziell ist. Keratin kriegt man nur von Tieren, also gibt es nur bei Tier-Mets. Genau wie Schietin. Genau, auch nur vom Viech an. So viel Fleisch habe ich nach. So viel, also. Das... Das meine ich. Du hast zu wenig Narkotibären. Das war jetzt dein Fehler. Das weiß ich. Ich weiß. Ich weiß, Laguna, das weiß ich. Müsst du dir schon welche bringen, so schnell. Deswegen, äh, mach ich ja Narkotik lieber. Weißt du, wie viel Narkotik dir bringt? 40 Punkte. 40 Punkte auf Narkotisieren. Ich habe das nicht extra... Ja. Deswegen habe ich doch Narkotik mit, habe ich gesagt. Ne, 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 ne. Narkotik ist effektiver als Bären. Ah, das dachte ich mir. Also, 100 Narkotik mache ich mir und dann bin ich zufrieden. Das müsste reichen, glaube ich. Da vorne sind Traptoren. Drei Stück an der Zahl. Ach, ne, nix besonderes. So, komm her, Raptor. Was? Mit einem Schuss ist er niedergestreckt. Ach, das waren zwei Raptoren. Ups, ich habe zwei Raptoren niedergestreckt. Geil. Inventory, was hat der so Schönes drin? Oh, Stone Arrow, Narkotik, Bären. Oh, ist das geil. Ganz ehrlich, ich liebe es. Schon wieder Narkotik hier gekriegt, ey. So, wo ist das schöne Flugvieh? Ich will es erschießen. Ist das ein T-Rex? Ne, kein T-Rex. Und schon wieder einer tot. Braucht jemand ein Slingshot-Teil? Meine Frage? Ich frage lieber nach. Weil ich nehme die Dinger immer mit, weil... Könnte man vielleicht mal gebrauchen. So, jetzt habe ich... Oh, da fehlt mir immer noch. Können wir vielleicht mal gebrauchen? Super. Einer hat schon gesagt, ich sollte mit dem Slingshot den betäuben. Mit den Pfeilen. Ich habe gedacht, hä? Wie soll denn das gehen? Äh, so. Ja, das ist alles. So, jetzt nur noch das da. Und abernten. Oh, fünfmal 20 Fleisch. Perfekt. Noch einmal Fleisch abholen und dann gehe ich mich verpissen. Halt mal, war ja nicht noch ein Fluggvieh. Koppion hat mich gesehen. Perfekt. Und weg ist er. Na toll, einmal Fleisch. Ja, lächerlich. Komm her. Ja, komm her, Baby. Jetzt brauche ich aber was zu essen. Das ist schlecht. Aber jetzt habe ich genügend Fleisch. Jetzt gehe ich zurück und, äh... Scheiße. Ich muss gucken, dass ich schnell Narkotik herstelle, genügend Bären dabei habe. Ich habe genügend Bären eigentlich dabei, glaube ich. Und sonst fahre ich noch mal schnell welche mit meinem Triceratops. Wir können es so machen, Laguna. Ich gebe dir jetzt 100 Narkotikbären. Und wenn ich dann Fleisch brauche, bringst du mir Fleisch. Gut, dann haben wir... Ja, weil ich bin nicht dann später noch Pteranodon-Themen, dann bringe ich dir jetzt erstmal die Narkotikbären, die ich noch besitze. Ich habe jetzt 200 Fleisch, aber ich glaube nicht, dass das genug ist. Dann kannst du mir später noch ein bisschen Fleisch bringen, denke ich mal. Dann machen wir es so. Da vorne ist mein Schiff. Ja, ganz ehrlich, Laguna, weißt du, was das so lächerlich ist? Ich brate mir noch nicht mal mehr Fleisch, ne? Ich nehme die ganze Zeit nur die Bären. Weil mein Vieh so viele Bären sammelt, kann ich die Bären schon allein verdrücken. Ich brauche kein Fleisch mehr. So schnell, wie ich Bären zusammenkriege. Hm. Weil es Nacht wird, Laguna. Ist auch eine Idee. So. So. Dann nehme ich die Bären. Da fresse ich jetzt ein paar Bären. 50 Stück müssten reichen, um meine Gesundheit ein bisschen hochzumachen. So. Das müsste es reichen. So, dann bringe ich mal mein Schiff zurück. Dann komme ich jetzt gleich mal zu dir. Ich bringe dir dann gleich mal Narkotikbären. Okay. Okay. mal nachdenken was wollen noch das kommt darüber das kommt kurz da rein ich habe gleich sieben mal narkotik ich brauche 90 fleisch vergammeltes um mindestens mir noch 90 narkotik herzustellen also ist das sehr viel was ich brauche so ich komme zu der laguna wie viel narkotik werden hast du noch so 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 so